Hi und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Tech News hier auf dem Kanal Vennix. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt bisher alle eine schöne Adventszeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen dritten Advent. Wie immer wird euch das Format stolz präsentiert von Teufel. Und wer meine genauen Quellen nachlesen möchte, findet den Link zu Cashys Blog in der Videobeschreibung. Jetzt geht's los. Wir schauen uns wie jede Woche gemeinsam an, was sich so Spannendes in der vergangenen Woche in der Tech-Szene ereignet hat. Ganz viel Spaß. Die CES steht ja schon kurz bevor. Die ist Anfang 2020 im Januar in Las Vegas auch eine riesige Technikmesse. Und dort wird OnePlus anscheinend etwas sehr Besonderes vorstellen. Man weiß noch nichts Genaues. Das hat der Sprecher, der CEO, Pete Law, gesagt von OnePlus. Und ja, jetzt wird vermutet, entweder vielleicht eigene Earbuds von OnePlus oder vielleicht eine Smartwatch. Was meint ihr? Stimmt das gerne mal ab. Aber diesmal ist die Abstimmung auch nicht vergessen, versprochen. Philips Hue wird im Frühling 2020 einige neue Produkte vorstellen. Weder das genaue Erscheinungsdatum noch die Preise sind bisher bekannt. Aber Namen und Bilder der verschiedenen Produkte, die gibt es schon. Seht ihr hier gerade mal eingeblendet. Beispielsweise hier für die Wandmontage eben. Daylo Wall Lantern Inox nenne ich die jetzt einfach hier mal. Nairo Hue Wall Lantern Black. Okay, nochmal so eine Art Laterne. Dann hier unten kommen wir so wirklich zu dieser klassischen Laternenform. Impress Hue Wall Lantern Black. Die finde ich eigentlich ziemlich cool, denn letztendlich ist es natürlich trotzdem eine Hue-Leuchte. Und unten noch so ein kleiner Strahler für den Garten beispielsweise. Ziemlich coole Produkte. Die meisten davon wahrscheinlich Outdoor vorgesehen. Wie gesagt, noch keine genauen Preise. Ich könnte mir vorstellen, dass die wieder relativ toll werden. Klassisch bei Hue-Produkten. Falls da ein Update gibt und die Preise verfügbar sind, dann erfahrt ihr das natürlich in einer der weiteren Ausgaben. Tech News also unbedingt den Kanal abonnieren, um das nicht zu verpassen. Realme dürfte den meisten mittlerweile vermutlich sogar schon ein Begriff sein. Die haben neue True Wireless Earbuds vorgestellt und die heißen Realme Buds Air. Ja, und die sehen wirklich eins zu eins aus wie die AirPods von Apple, wie ich finde. Meiner Meinung nach finde ich jetzt erstmal nicht schlecht, denn Apple macht tolle Designs. Von dem her, also das Design gefällt mir nur, ich finde es halt echt langsam grenzwertig. Allein erst Xiaomi neulich mit der Mi Watch, die sieht ja echt wie die Apple Watch aus. Und jetzt hier noch die Realme Buds Air, die sehen ja wirklich eins zu eins aus wie die AirPods. Naja, was meint ihr? Meinen dazu bitte mal in die Kommentare. Die Xbox Series X wurde von Microsoft offiziell angeteasert. Das ist noch kein genaues Erscheinungsdatum oder Preise oder sonstiges bekannt. Aber wir haben eben diesen Trailer bekommen, den ihr auch gerade eingeblendet seht. Und ich muss sagen, das Design gefällt mir insgesamt wirklich super, super gut. Es gibt ja auch schon erste Leaks zur PS5, wie die aussehen soll. Da gefällt mir die aktuelle neue Xbox Series X wirklich um einiges besser. Aber das könnt ihr auch hier gerne mal abstimmen, welche Konsole euch bisher nur von der Optik jetzt rein mal besser gefällt. Die Xbox Series X wird auf jeden Fall 4K 60fps unterstützen. Soll sogar insgesamt bis 8K möglich sein und auch bis 120fps. Es wurde mit AMD ein Chipsatz zusammen entwickelt, der eben genau diese Leistung dann bringen soll. Und das Design ist so extra für die Luftdurchströmung sozusagen optimal angepasst worden, dass es wirklich sehr gut gekühlt werden kann. Ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, der erste Eindruck gefällt mir super gut. Gut, ich war die vergangenen Jahre mal Xbox-User mal PS4. Aktuell steht bei mir eine PS4. Aber ich hatte auch davor schon eine Xbox One und auch davor die 360 und die PS3. Also immer im Wechsel. Ich bin jetzt nicht strikt auf einer Seite. Deswegen bisher super erster Eindruck. Könnte ich mir auch echt durchaus vorstellen, dass es bei mir dann zukünftig bei der Next Generation sozusagen an Konsolen vielleicht mal wieder auf Microsoft, auf die Xbox rausläuft. Und Teufel hat aktuell gerade vor Weihnachten extrem viele Produkte reduziert. Insbesondere die Cinnabar Pro. Und das ist wirklich, würde ich sagen, mein persönliches Lieblingsprodukt von Teufel. Wir haben die hier selbst im Heimkino in der WG jetzt installiert und hängt alles erst seit zwei Tagen. Haben jetzt mal einen Filmabend gemacht. Und ich sage euch, boah, vor allem jetzt mit einem großen Raum. Das kommt wirklich wahnsinnig rüber. Ein Video zu meinem Heimkino folgt natürlich auch schon die Tage. Aber wie gesagt, schaut gerne mal auf der Teufelseite vorbei. Da sind wirklich aktuell sehr viele Produkte nochmal extrem reduziert vor Weihnachten. Und wie gesagt, falls ihr vielleicht sogar auf der Suche nach einem Heimkinosystem seid, da ist die Cinnabar Pro wirklich das Gerät. Die kabellose Integration von Android Auto ist ab Mitte 2020 dann offiziell mit allen BMW-Modellen möglich, die dann rauskommen sozusagen. Und das finde ich ziemlich cool. Denn dieses Integrieren, sage ich mal, der gesamten Termine, der Strecke und und und, dass ihr dann alles auf eurem Display sozusagen angezeigt bekommt und nicht abgelenkt seid während der Fahrt mit eurem Smartphone oder sonstiges, was ihr auf keinen Fall tun solltet. Dafür ist Android Auto gut und deswegen, wie gesagt, ab Mitte 2020 in allen BMW-Modellen dann verfügbar. Xiaomi hat das Redmi Book 13 vorgestellt. Ein 13,3 Zoll großes Notebook für umgerechnet ca. 615 Euro. Ob das letztendlich natürlich dann auch bei diesem Preis bei uns bleiben wird, falls es überhaupt bei uns vorgestellt wird, bleibt abzuwarten. Aktuell nicht in der Global Version zu haben. Wir haben insgesamt eine Auflösung von 1920x1080. Als Chipsatz kommt entweder der i5-10210U oder der i7-10510U in Verbindung mit 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher und einer SSD von 512 GB zum Einsatz. Die Specs lesen sich ganz gut, der Preis wäre auch in Ordnung. Wie gesagt, vielleicht kommt es ja auch zu uns nach Europa. Das war es mit der heutigen Ausgabe der Tech News hier auf dem Kanal. Wäre nichts, schön, dass ihr eingeschaltet habt und bis jetzt dran geblieben seid. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da zu den für euch interessantesten Artikeln. Herzlichen Dank auch nochmal an der Stelle an Teufel und wir sehen uns schon beim nächsten Video. Folgt mir gerne auf Instagram, realwäre nichts. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.